Jonas Langmann hat dickes Lob bekommen vom Trainer, auch von den Kollegen. Bester Mann heute auf dem Eis. Kann man sich aber nichts verkaufen, wenn man 0-3 verliert? Ja, stimmt. Wir hätten gerne heute gewonnen hier im Turnier. Dass wir ins Finale kommen, hat leider nicht geklappt. Jetzt müssen wir morgen schauen, dass wir vielleicht ein bisschen besser spielen. Und dann mal schauen. Was sagst du zu deiner eigenen Leistung heute? Ja, ich bin so einigermaßen zufrieden. Es waren noch ein paar Kleinigkeiten, die mir noch nicht so gefallen haben. Ich bin froh, dass ich jetzt hier in Bremerhaven die Chance bekommen habe, nachdem ich in Hamburg beim Spielen nicht so sehr zufrieden war mit mir. Und deswegen ist es schon ganz okay. Das ist dein erster Eindruck von den Kollegen hier, wenn man sie im Spiel dann auch mal erlebt? Ja, also ich habe die jetzt ja schon im Training und alles erlebt. Das ist auf jeden Fall eine super Truppe, super nett. Alle haben mich hier super aufgenommen, auch der Coach und alles, was hier außenrum gehört. Also ich fühle mich hier richtig wohl schon. Ich danke dir. Wir werden sich jetzt sicherlich demnächst auch wieder hier komplett im Bremerhaven sehen. Denke mal November vielleicht? Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Vielen Dank.